Schwein, aufgebackene Brötchen, Frischkäse mit so Zitronensauce, Nachos, Geile Kaffeemaschine, darfst du natürlich nie filmen, geil ey, so geil, geiles Wetter, geil. Wär auch eher ein Zweiter noch gezogen. Wie wo ein Zweiter, da kanns nicht hin. Was ist dein Name? Stefano. Ja. Ja. But the others call you different, no? Sorry? Ja. Fossa. Fossa. Is the name of... Grazie. Oh. Thomas Lugo is in the house. It's good to have fun on the toilet, because if you don't have fun on the toilet, you can't enjoy life. Heute Abend, Jameram in Milan beim Flughafen. Nicht Oreo al serio, sondern der andere. Und hier gibt's so einen super geilen See und da gibt's so Aktivitäten, die man machen kann. Man kann Wasserski mit so einem Katapult und man kann so entlang laufen, entlang joggen, entlang Fahrrad fahren, das ist der Shit. Und wir spielen, wir spielen im geilen Club Magnolia. Die geile Blume und der coole Film mit Tom Cruise, gar nicht mehr so schlecht. Da spielen wir um 12, vor uns spielt Mellow Mood und denk mir am Arsch, sind die geil. Also ich bin ja kein großer Reggae-Fan, aber die verbinden so das ADS-Ding für mich mit Soka, Darnthal, Rocksteady und das ist geil. Und das Wetter stimmt, die Temperatur stimmt, Gin Tonics stimmen, wenn sie da sind. Wider, wieder, wieder! Oh shit. Wie geht's verkauft? Wunderbar! Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.